Bin ich hochsensibel ist mein heutiges Thema für Dich und während ich etwas darüber erzähle, habe ich so einen kleinen Zusammenschnitt zusammengestellt aus den letzten zwei Jahren aus dem Atelier. Ich wünsche Dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu diesem Special-Video. Bin ich hochsensibel oder anders ausgedrückt, woran erkenne ich denn, dass ich hochsensibel bin? Hi, ich bin Karin, also ich stelle mir nochmal kurz vor, ich bin hochsensibel, hochsensitiv und eine ehemals aktive Süchtige. Und ja, es hat eine Zeit lang gedauert, bis mir bewusst wurde, dass ich hochsensibel bin. Also ich habe mich spontan dazu entschlossen, einfach persönliche Geschichten darüber zu erzählen, anstatt jetzt diese ganzen Merkmale oder Eigenschaften von Hochsensiblen runterzurattern. Ich denke, Ihr werdet Euch in vielen persönlichen Anekdoten mit Sicherheit auch wiedererkennen. Also Hochsensibilität ist keine Erkrankung, es ist eine wundervolle Gabe, die häufig missverstanden wird. Ja, und meine Mutter ist schon hochsensibel, ob es jetzt die Großmutter oder Großvater ist, das konnten wir nicht mehr herausfinden. Und ich war schon als Kind ein bisschen anders als die anderen oder ich habe mich als Kind schon häufig anders als die anderen gefühlt. Ja, es war für mich sehr schwer oder schwierig oder ich hatte Schwierigkeiten mit Freundschaften, mit überhaupt, dass ich mich einfüge in so großen Gruppenaktivitäten. Also das war für mich viel zu viel und ich war lieber alleine mit mir im Wald. Da fühlte ich mich wesentlich sicherer und wohler. Und das hat sich auch bis heute ist es geblieben, dass ich, also das ist nämlich ein wichtiges Merkmal von hochsensiblen Persönlichkeiten, dieser Wunsch auch mit sich alleine zu sein und die Dinge abzuarbeiten, wirken, auf sich wirken zu lassen. Das ist also wirklich ganz oder erlebe ich häufig bei hochsensiblen Persönlichkeiten. Also wie gesagt, als Kind hat man es eigentlich schon oder war es offensichtlich, dass ich mich ein bisschen anders verhalten habe als andere. Nur ich werde 60 im nächsten Jahr, man kann das nachrechnen, in meiner Zeit hat kein Mensch über, wusste man ja gar nicht, was hochsensibel ist. Das ist ja erst, ich glaube dieser Begriff ist ja erst seit 10, 15 Jahren irgendwie aktuell, oder dass man es weiß. Und ich war immer schon sehr kreativ, also ich habe mich gern mit mir selber beschäftigt, ich war viel in der Natur, ich habe die Natur unglaublich geliebt, tue ich ja heute noch. Und ich habe sehr früh mit der Malerei begonnen und es war so eine Möglichkeit für mich, mich auch zurückzuziehen und in Ruhe die Dinge auf mich wirken zu lassen. Übrigens gibt es auch hochsensible Tiere. Das fand ich ja total spannend, als ich darüber gelesen habe. Und mir ist es auch wichtig, nochmal klarzustellen, hochsensible Menschen sind nicht besser oder schlechter als andere. Wir sind einfach anders, das ist alles. Und es gab schon natürlich auch Zeiten, wo ich gerne lieber nicht so hochsensibel gewesen wäre, weil es natürlich auch mit den ganzen Gaben oder mit das, was Hochsensibilität ja auch ausmacht, sind ja auch viele Schwierigkeiten im Alltag verbunden. Das eine große Schwierigkeit oder ein großes Problem ist diese Geräuschempfindlichkeit, beziehungsweise Geräusch-Geruchsempfindlichkeit oder ja, es ist schon eine gewisse Empfindlichkeit. Das heißt, ich gehe an einem Haus vorbei, zehn Meter entfernt und rieche tatsächlich den Moda oder die Feuchtigkeit des Hauses, also nicht im Haus, sondern schon zehn Meter vom Haus entfernt. Auf der Straße rieche ich oft feuchte Häuser, ja. Oder einmal, das war dann aber positiv, so gesehen, habe ich einen Wasserschaden gehört, weil ich das Tropfen mitbekommen habe, was so leise war, was sonst niemand mitbekommen hat, ja. Also es hat natürlich Vorteile und natürlich auch Nachteile. Aber die Sinne bei einer hochsensiblen Persönlichkeit, man muss sich vorstellen, wie so ein Trichter nach außen, die sind einfach stärker ausgeprägt. Es kann eben, wie gesagt, Geräusche sein, Gerüche, Geschmack. Ich kenne eine Person, die schmeckt Milch, bevor sie sauer wird. Also ein, zwei Tage vorher schmeckt die schon oder weiß die, dass die Milch bald sauer ist. Ja, aber auch Sehen. Ich sehe zum Beispiel Maus schlecht. Ich sehe total schlecht, ne. Also Sehen ist es bei mir jetzt nicht, aber es gibt auch hochsensible Persönlichkeiten, die unglaublich gut sehen, ne. Also das sind so, daran erkennt man es sehr wohl oder sehr gut, bin ich ein Stück weit hochsensibel. Die Sinne sind stärker ausgeprägt, ja. Das nächste ist so ein reichhaltiges Innenleben oder, ich gehe noch ein paar Schritte zurück, um die Dinge, um die Tag, um ein Tagesgeschehen zu verarbeiten, braucht eine hochsensible Persönlichkeit wesentlich länger. Ja, um die Dinge zu verarbeiten. Also bestes Beispiel, wenn ich einen sehr arbeitsreichen Tag habe mit vielen Kontakten, dann benötige ich oft einen ganzen Tag, manchmal sogar anderthalb Tage, um diese ganzen Situationen zu verarbeiten. Ja, dann spucken die Leute im Kopf rum und ich war früher darüber total irritiert, weil ich mir gedacht habe, naja, mit mir stimmt ja irgendwas nicht. Ich muss die ganze Zeit an die Personen denken. Was stimmt denn mit mir nicht? Nein, es ist normal, es ist ein Setzen, sich verarbeiten, ich bin wie so eine Kuh, die wiederkeut, so muss man sich das vorstellen. Und dann ist es irgendwann gegessen und dann ist es aber auch gut. Das bedeutet aber auch, dass eine Fünf-Tage-Woche mit permanenten neuen Kontakten oder mit vielen Kontakten ist für mich nicht mehr möglich. Das geht nicht. Weil die Zeit, also ich habe es ja jahrelang oder sogar anderthalb Jahrzehnte praktiziert, weil die Zeit des Verarbeitens, wenn mir die fehlt, dann geht es mir nicht mehr gut. Ja, dann fängt der Körper an, ein Stück weit zu kränkeln. Und was ich auch noch total spannend finde, ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist, ich werde eher im Sommer krank. Und ich bin letztens gefragt worden, ja wieso denn Sommer, Sonne? Ja klar, es sind 16 Stunden Reizüberflutung, wenn ich Pech habe. Ja, 16 Stunden, wir haben hier, keine Ahnung, mal ein Cremes gehabt. Ich bin, ich bin fast verrückt geworden, ja. Das heißt, die haben um 5 Uhr morgens ging es los, ja. Dann mit Straßenlärm, mit Kindergeräuschen, mit Musik, die Fenster sind alle offen. Es ist Zugluft, es ist über 30 Grad, wobei ich jetzt nicht so hitzeempfindlich bin, eher kälteempfindlich. Das bedeutet für mich als Hochsensible, dass ich tatsächlich 16 Stunden Reizen ausgesetzt bin. Das packe ich gut, entspannt, mit Meditation, ganz gut 6, 7 Stunden. Dann merke ich, wird kritisch, ja. Und dann muss ich auch, wenn es wirklich, dann gehe ich raus in die Natur. Natürlich habe ich meine Methoden mittlerweile, wie ich mich schützen kann. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eher krank werde im Hochsommer, ja. Durch diese langen Tageszeiten. Und oftmals im, also die schlimmste Zeit ist tatsächlich dann August, August, September, wenn dann noch die Ferienzeit ist. Dann sehne ich mir den Herbst herbei. Mit allem drum und dran. Also das, die Erfahrung habe ich gemacht. Und ich wusste ja viele, viele Jahre nicht, dass ich hochsensibel bin, weil es einfach den Begriff ja überhaupt nicht gab, ja. Und als ich dann endlich wusste, ich habe dann das Buch mir geholt, zart beseitet. Ne, ich glaube, jetzt habe ich mich falsch ausgedrückt. Ist ja egal. Ich schreibe es ja unten in die Beschreibung, kommt es ja mit rein. Und dann konnte ich das alles nachlesen. Und ich wusste endlich, also mir ist ein Stein vom Herzen. Ah, ich bin normal. Ich bin normal. Alles ist gut, Karin. Alles ist okay. Ja, und ein weiteres Merkmal ist die Empathie für andere Lebewesen. Und da spielt es jetzt im Endeffekt keine Rolle. Also für mich, ich kann jetzt natürlich auch nur für mich sprechen, ob jetzt ein Lebewesen, ein Tier vor mir steht oder ein Mensch. Ja, ich kenne den Unterschied nicht. Für mich ist es ein Lebewesen. Und als bei uns hier die Bäume gefällt wurden, alte Bäume, die für mich wie Freunde waren, also da könnte ich heute noch vor Kummer weinen, weil mir das so wehgetan hat, dass die diese wunderschönen alten Bäume einfach fällen, ja, nur weil sie gestört haben. Ja, weil da ein Parkplatz drauf muss oder, also ich war erschüttert. Aber ich spüre es natürlich auch, wenn ich mit Menschen arbeite. Ich wusste es am Anfang ja nicht. Während meiner Zeit innerhalb der Suchthilfe, als ich mit Korsakow-Bewohnern gearbeitet habe, spürte ich auf einmal, wie die Korsakow-Bewohner sich fühlen. Also das war eine irre Erfahrung, die ich hatte. Das Gleiche passierte mir, als ich mit Depressiven arbeitete. Da war es aber dann etwas unangenehm, weil ich im Anschluss auf einmal traurig wurde. Ja, also ich war tief traurig und wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist. Das heißt, dass hochsensible Persönlichkeiten oft die Gefühle der Umwelt oder des Umfelds aufnehmen und dann denken, das sind die eigenen Gefühle. Aber auch da habe ich mittlerweile Methoden entwickelt, um mich zu schützen. Oder ein großes Einkaufszentrum. Das geht, naja, ich würde mal sagen, zwei Stunden ist bei mir so die Zeit. Und dann merke ich aber, dass ich total nervös werde. Dann muss ich raus, ja. Und die Frage, woran erkenne ich denn hochsensible Persönlichkeiten in meinem Umfeld, Also in meiner Arbeit mit Menschen ist es mir aufgefallen, dass die schnell überfordert waren bei so einer Reizüberflutung. Wenn viele Menschen in einem Raum waren, wenn es eng war, dann sind die oft ausgebrochen. Das konnten die überhaupt nicht ertragen. Oder sie waren sehr geräuschempfindlich. Laute Lautstärke, laute Musik, da haben die den Raum verlassen. Also im Endeffekt alles, was ich heute jetzt hier so erzählt habe, wenn du das bei jemandem beobachtest, bei deiner Tochter, bei deinem Sohn, dann frag doch mal nach oder sprich darüber. Ja, und dann gibt es noch ein ganz interessantes Merkmal, nämlich, da gehen wir aber fast schon ins hochsensitiv. Das würde jetzt aber das Video sprengen, wenn ich da nochmal explizit oder vermehrt reingehe. Das ist, hinter die Masken gucken zu können. Ja, und ich habe nie verstanden während meiner Arbeit in der Suchthilfe, dass meine Kolleginnen und Kollegen das nicht bemerkt haben. Weil ich bin ja über viele Jahre davon ausgegangen, dass jeder Mensch so empfindet. Ja, und hinter die Masken von Menschen, also ich merke sehr schnell, wenn ich angelogen werde, wenn Menschen sich verstellen, dann ist etwas unstimmig. Ja, ich kann das gar nicht so genau benennen. Ich weiß es einfach, ja. Ich weiß, dass ich jetzt gerade belogen werde, weil in dem ganzen System, also in der ganzen Erscheinung ist eine Unstimmigkeit. Also das ist auch nun so ein weiteres Merkmal. Und dann gibt es noch eins, was ich auch total spannend finde und manchmal auch für mich einsetze. Wenn ich in einen Raum komme, dann in einen Raum mit fremden Personen, also das ist eine Gruppe, ich leite ja viele Seminare auch. Ich komme in einen Raum rein und ich weiß ziemlich schnell, wer mit wem kann, ja, oder wo ich die Menschen abholen muss oder welche Gruppendynamik gerade vorherrscht. Benötigt die Gruppe eine Pause? Also ich kann mich gut dann in diese ganze Gruppendynamik hineinfühlen und Gruppenarbeit war ja deswegen auch viele Jahre eine meiner Kernkompetenzen. Dieses reinfühlen in Situationen, reinfühlen in Räume, reinfühlen in einen Raum, wo mehrere Menschen sind. Das finde ich total spannend und ist so gesehen für meine Arbeit ja dann auch sehr hilfreich. Gut, um das Ganze jetzt ein bisschen abzukürzen, gibt es natürlich auch ein paar Empfehlungen. Ohrstöpsel, ganz, ganz wichtig. Wenn ich verreise, ich habe immer Ohrstöpsel dabei, ich habe dann, da gibt es extra bessere, die man so reindreht, mit Dezibelangaben, also googelt einfach mal oder schreibt mich an. Die habe ich immer dabei, gerade wenn wir wegfliegen, weil ich sonst einfach unknetig werde und das möchte ich meinem Mann nicht zumuten. Dann natürlich Pausen. Ich benötige regelmäßig Pausen. Ich benötige meinen eigenen Raum des Rückzugs. Ohne dem, wenn ich keinen Raum des Rückzugs habe für mich, werde ich sehr komisch. Dann Essen. Essen ist, ich glaube, man könnte 100, gefühlte 100 Videos drehen, allein mit Essen, ja. Also ich bin hochsensibel, ich, ich, um Gottes Willen, ich könnte niemals ein Schwein essen. Undenkbar, das geht gar nicht, ne. Also ich, ich habe irgendwann aufgehört mit Fleisch essen, ist schon lang, lang her. Aber auch, ich rede jetzt nicht von einer Sau, um Gottes Willen, ich rede aber auch von Nahrungsmitteln, die chemisch, äh, nicht chemisch, die nicht naturbelassen sind. Es gibt ja dieses Video von mir mit dem Darm, ne. Vertrage ich nicht mehr. Ja, also ich vertrage keine Lebensmittel im Moment, die nicht naturbelassen verarbeitet worden sind. Geht nicht. Schaffe ich nicht. Schaffe, mag meinen Körper nicht mehr. Also das allein, aber da gibt es eine ganz, eine einfache Empfehlung, hör auf deinen Körper, fühl dich rein, was tut dir gut, was tut dir nicht gut und lass die Dinge, die dir nicht gut tun. Das Gleiche gilt für Menschen. Ich habe Menschen losgelassen, die mir nicht gut tun, also wo ich mich nicht wohlfühle, ja. Dann lasse ich den Kontakt auslaufen, das, das bekommt mir einfach nicht. Jetzt muss ich direkt mal überlegen, weil ich habe mir ein paar Sachen notiert. Also, bin gleich wieder da. Ja, ich habe noch was, Rauschgenerator. Ich habe mir, ich habe mir diese App runtergeladen. Die ist für mich wichtig, gerade im Sommer, im Hochsommer, benötige ich die. Und zwar ist ein Rauschgenerator, den kann man sich runterladen, habe ich auf dem Handy. Und das ist wie, da kann ich mir dann einstellen, entweder weißes Rauschen, guck dir den einfach mal an oder Meeresrauschen. Und ich konzentriere mich dann so gesehen auf dieses Rauschen und kann ein Stück weit so ein bisschen die störenden Hintergeräusche ausblenden. Wird auch eingesetzt bei Tinnitus. Hilft mir persönlich sehr und natürlich sämtliche Entspannungsphasen, Entspannungsphasen, Entspannungstechniken, Karin, Entspannungstechniken. Ich bin ja auch Yoga-Trainerin und Yoga hilft mir auch sehr, runterzukommen. Ich bin viel in der Natur. Wenn es gar nicht anders geht oder wenn ich Zeiten habe, wo es mir nicht gut geht, weil die Gabe mich zu sehr fordert, dann gehe ich zu meinen Bäumen und die helfen mir dann. Entspannungsmusik natürlich und so eine gewisse Achtsamkeit während des Tages auch. Also man kennt ja seine Tagesabläufe, man kennt doch die Spitzen, man weiß doch, okay, das wird stressig. Dann ruhig Pausen einbauen oder vielleicht mal rausgehen auf die Toilette. Ich werde immer so belächelt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Manchmal bleibt ein Mutsch kurz, die das austreten. Das kann mir keiner verwehren während des Meetings oder sonst irgendwas. Ich trete kurz aus, mache meine wichtigsten Körperübungen und siehe da, es geht wieder. Also, ich wünsche dir, euch allen alles, alles Liebe, viel Kraft und schreibt ruhig mal in den Kommentaren unten rein, wie es euch so damit ergeht mit der Hochsensibilität und vielleicht habt ihr ja dann auch noch ein paar Tipps für andere. Schreibt es ruhig rein. Also, ich würde mich freuen darüber. Danke und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020